So, wenn jemand in Quarantäne ist oder länger krank ist, wird den Herbst oft passieren, müssen wir es wirklich schaffen, dass Schüler Hefteinträge fotografieren, Tafelanschriebe fotografieren und das geht online, weil das sind nur wenige Klicks und dann wird systematisch in Teams geladen, das ist leicht. Ja, dieser Ordner unter Dateien, der Ordner Kursmateriale ist nur für die Lehrkräfte, man kann unter Neu aber da schöne Ordner erstellen, Arbeitsblätter, Hefteinträge und da können die Schüler völlig unabhängig von den Lehrkräften diese Fotos hochladen und jeder, der krank zu Hause ist, schaut rein und sieht alles auf einen Blick. Wir müssen das vom Kind her denken, wenn jemand länger krank ist und vielleicht nicht so viele Freunde hat und dann soll er sich alles per WhatsApp schicken lassen, das ist lästig und das muss nicht sein, das kann man sehr viel besser organisieren. Es muss zu jedem Fach, muss es ein Fächerteam geben und in diesem Fächerteam müssen die Hefteinträge zumindest als Foto oben sind. Wer es als Lehrkraft sowieso digital hat, der kann es auch selber hochladen, aber das Mindeste ist einfach mal schnell das Zeug da reinladen. Und dann ist es übersichtlich, weniger Panik, weniger Stress. Nutzt auch in den Teams im Allgemeinen die Möglichkeit zu posten und da können nämlich auch motivierte Schüler auch Schüler. Wenn ein Schüler ein schönes Erklärvideo im Internet gefunden hat, kann er das posten. Wenn ein Schüler hier eine Frage hat, können auch andere Schüler antworten. Das kann man ja mit einer mündlichen Note auch belohnen, wenn da einer besonders aktiv ist. Also eigentlich, wir müssen da, das geht so einfach, wir müssen die Geschichte, das motivieren, dass sich die Klasse als Team begreift. Die hätten gern immer frontal alles der Lehrer macht, der Lehrer lädt hoch, der Lehrer beantwortet alle Fragen. Wir müssen das schon, also jetzt aus erzieherischen Gründen schaffen, dass sie mehr miteinander arbeiten, aber auch aus Selbstschutz arbeiten. Der Herbst ist eine Zeit, wer da so 30 Deutschklausuren zu korrigieren hat, der hat einfach die Ressourcen nicht, dass er immer alles perfekt hochlädt. Und das muss man ehrlich kommunizieren und das machen. Und das ist das Mindeste. Das zweite Thema von dem Video ist das Streamen. Das ist immer komplett freiwillig, logischerweise. Also jetzt, es gibt drei Möglichkeiten zu streamen. Aus meiner Erfahrung, wenn man nur so 20 Minuten streamt, kann das sehr wertvoll sein, aber es muss nicht unbedingt sein. Die erste Möglichkeit ist mit der Dokumentenkamera. Da sieht man ja nur die Hand, die schreibt. Und das wird dann übertragen. Man hört die Lehrkraft, man sieht keine Schüler, das ist ganz wichtig. Aber das Problem ist technischer Art. Bei den alten Dokukameras geht es mit den neuen nicht. Also immer den Systemadmin fragen. Es gibt so ein paar Tricks und Häkchen. Es wäre schön, wenn die Medienscouts in den Klassenzimmer das mal testen und schauen, wie es in diesem Klassenzimmer geht und ob es geht und dann uns Lehrkräften helfen. Eine elegante Möglichkeit ist direkt vom Tablet. Wir haben ja jetzt WLAN. Das heißt, Tablet ist mit WLAN verbunden und man hört den Lehrer und es wird dann gestreamt. Wir haben ja jetzt die Dienstgeräte. Die sind aber, ja, da wurde sehr viel von der Stadt München blockiert. Deswegen weiß ich noch nicht, ob man es schafft. Auch noch offen und probieren könnte man es mal. Ich passe immer, wenn ich streame, auf Namen auf. Also ich nenne dann keine Schülernamen. Vor allem nicht, wenn ich sie kritisiere. Solange die Schüler aber nicht im Bild sind, brauchen wir keine Einverständniserklärungen sämtlicher Eltern. Es muss immer der ganzen Klasse klar sein. Da erscheint bei Teams immer hier so ein roter Balken. Dann wissen alle, jetzt ist gestreamt. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich will ja nicht, dass es ins Internet kommt. Und die dritte Möglichkeit des Streamings ist einfach Handy hinstellen. Wir haben jetzt endlich WLAN, ja, und da wird es gestreamt. Und das Wichtigste ist hier Vertrauen, weil da ist man als Lehrkraft voll im Bild, machen viele. Da brauche ich jetzt nicht erzählen. Da könnte natürlich, wer will, kann dann damit Blödsinn machen. Ich würde immer noch mit einem Zweitgerät, vielleicht dass er auch einen Schüler machen lassen, noch reingehen und die Mitglieder checken. Das ist sehr schön bei Teams. Ich sehe ganz genau, wer ist drin. Und ist das jetzt der Max, oder sind da noch sieben andere drin? Das lässt sich checken. Und wenn es eben nur der Max ist und ich habe zum Max Vertrauen, kann ich es machen? Also würde ich es persönlich machen, ich verstehe es aber völlig, wenn einer sagt, nö, 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 tue ich nicht. Und genau, aber jetzt zum Schluss, das müssen wir alle hinkriegen. Also Fotos machen, Fotos hochladen und das Material ist online. Streamen ist immer nur so, mal probieren oder nicht und völlig freiblich.